Freunde, kannst du mit 5 Brots, kannst du meine Freunde, Samarita hat wohl über Nacht 10k verloren, weil er in Bitcoins investiert hat. Ja gut Samarita, kann man auch nicht Geld machen, aber es kann natürlich auch nach hinten losgehen, wie jemand der nach hinten fällt oder so, der nach hinten kippt auf den Rücken, Mann. Deshalb ist es ein Fluch und ein Segen, man kann viel gewinnen, aber man kann auch fast verlieren, Mann. Das ist alles nur Spekulation Leute, investiert in sichere Sachen wie Immobilien oder keine Ahnung, Sachwerte, die was ordentliches Wiederspiel wert haben, keine Ahnung, Rolex, die in ein paar Jahren, keine Ahnung, 10.000 Euro mehr wert sind. Aber in Bitcoin, mir ist das zu riskant, meine Freunde, da ist sehr viel Risky dabei, da muss man wirklich auch sehr unsicheren Hasen sein, um das irgendwie zu machen, meine Freunde. Und deshalb, geht den sicheren Weg, meine Freunde, investiert in Sachwerte und dann wird es kommen. Wann kommt, dann kommt, ihr wisst Bescheid. Okay, meine Freunde, es ist fast wieder von einem Boss. Abonnieren, gleich nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.